50% Energiesparen beim Reflow löten und eine 100%ige SPI-Lösung direkt im Schablonendrucker integriert. Außerdem die Stimmung zu Beginn der Produktronika 2013. All das gibt es jetzt für Sie im ersten Video von Ersa Messe TV. Der erste Tag auf der Produktronika. Insgesamt vier Tage lang geht die Messe. Die meisten Aussteller sind zuversichtlich und gleichzeitig gespannt auf den Messeverlauf. So auch Ersa. Nach Wochen der Vorberatung freuen wir uns jetzt wirklich, dass es losgeht auf der Messe. Die ersten Besucher sind da. Alles ist vorbereitet. Wir haben das ganze Lieferportfolio auf der Maschinenseite, auf der Toolseite. Wir sind präpariert. Die Kunden können kommen und wir starten los. Beim Lötprozess wird oftmals viel Energie verbraucht. An einer einzigen Lötmaschine können das pro Tag bis zu 190 Kilowattstunden sein. Deshalb kann es sich rechnen, mit energiesparenden Systemen zu arbeiten. Die Hotflow 4 von Ersa ist bei jedem Schritt so energieeffizient wie möglich. Kostenreduzierung steht bei unseren Kunden und bei uns auch im Mittelpunkt. Darüber hinaus wollen wir auch nachhaltig der Umwelt gegenüber wirtschaften und unsere Anlagen dementsprechend auslegen. Bestes Beispiel die Motoren. Die Energieeinsparung liegt hier bei 30 bis 50 Prozent. Jede einzelne Zone ist in der Drehzahl verstellbar. Auch die Kühlung ist höchst energieeffizient. 60 Prozent der Energie können hier eingespart werden. Eine weitere Besonderheit, die intelligente Stickstoffregelung. Dadurch werden 20 Prozent an Stickstoff eingespart. Nicht nur bei der Energieeffizienz zeigt die Hotflow ihre Stärken. Auch im Bereich Maschinenverfügbarkeit kann sie überzeugen. Die Prozessgasreinigung geht dafür, um die Verunreinigungen, die während des Lötprozesses im Gas sich niederschlagen, aus dem Prozessgas zu filtern, zu reinigen, sodass wir eine saubere Maschine haben und die Verunreinigung sich kontrolliert an einer Stelle niederschlagen. Die Prozessgasbereinigung findet sich in diesem Bereich, ist ergonomisch einfach erreichbar und es sind glatte Oberflächen. Somit haben wir die Möglichkeit, einfach zu reinigen, ohne große Ecken oder sonstige Hindernisse vorzufinden. Die Anlage ist sehr einfach zugänglich. Dadurch können alle wichtigen Teile in weniger als 15 Minuten getauscht werden. Dank der patentierten Technologie von ERSA kann die Hotflow auch dünne Leiterplatten und sogar Folien transportieren. Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung – das ist ERSA bei allen Reflow-Anlagen wichtig. 64% aller Prozessfehler in der SMT-Linie sind auf den Schablonendruck zurückzuführen. Deshalb ist bei dem Schablonendrucker VersaPrint P1 direkt eine 100% SPI-Lösung integriert. Die Besonderheit hierbei, eine Zeilen- statt einer Flächenkamera. Die Vorteile der Zeilenkamera, die wir hier in der Maschine haben, gegenüber der Flächenkamera, die herkömmlicherweise in den Siebdruckern zum Einsatz kommt, ist dadurch, dass wir hier einen vollflächigen Scan der Leiterplatte und auch der Schablone machen können, zum einen einmal das Einrichten der neuen Produkte, aber hauptsächlich auch dann die nachfolgende 100%-Inspektion im Takt der Linie. Durch die grafische Unterstützung ist die Programmierung sehr einfach. Das Setup neuer Produkte geht im Handumdrehen. Zusätzlich sorgt die leichte Bedienung für weniger Schulungsbedarf. Die Hardware muss selten gewartet werden und verbraucht auch sehr wenig Platz. Aber Versa bietet noch mehr als nur das. Die Integration der 100%-Inspektion in der Maschine bedeutet natürlich auch hier, dass wir zwei Geräte, die normalerweise nebeneinander stehen, in einem System vereint haben. Und die Vorteile hier für den Kunden sind dementsprechend, dass wir auch nur einen Ansprechpartner haben, sowohl für den Druckprozess als auch dann die nachfolgende Inspektion. Innovativ ist Ersa nicht nur bei den Schablonendruckern, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Im zweiten Video erfahren Sie, wie man in zwei Sekunden einen Selektivlötvorgang durchführt.